Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter bauern, nehmt die Gewehren, nehmt die Gewehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Bäume her, setzt alle Herzen in Kraft. Das neue Roten wanderte allein auf jeden Land, auf jeden Vertrieb. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich. Frohle! Arbeiter bauern, nehmt die Gewehren, nehmt die Gewehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Bäume her, setzt alle Herzen in Kraft. Ganz neue Roten wanderte allein auf viele Gedanken, auf jeden Vertrieb. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik.